So, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Allgäier aus dem Excelsior Hotel Ernst, der Piano Bar. Und heute präsentiere ich Ihnen einen Drink von 1927 und zwar den Boulevardier. Der Boulevardier ist ähnlich wie der Negroni, nur auf Basis von Whisky. In dem Fall von uns jetzt nehmen wir einen Roggen Whisky. Damit fangen wir an. Wir nehmen Bullet Rye. Wir nehmen hierfür 3,5 CL. So, antiker Formula. Ein Turiner Wermut, Rekreation von 1786. Und hierfür nehmen wir 2,5 CL. Und zum Schluss nehmen wir Campari mit einem CL. Wir füllen das Rührglas mit Eis. Jetzt wird der Drink gerührt. Kurze Qualitätskontrolle. Wir füllen unseren Tumbler mit frischem Eis. Sein den Drink ab. Wir nehmen zum Schluss einen Twist von der Orange. Sprühen den Drink jetzt mit den ätherischen Ölen der Orange. Dass es auch eine schöne Aromatik gibt. So, fertig ist der Drink. Der zum Wohl. hopscke. YouTubers icion